Hallo, herzlich willkommen für Kichel für Kids. Heute haben wir was ganz besonderes. Guck mal, was das ist. Ganz schön lang, nicht wahr? So, dann gucken wir erstmal das erste Bild. Was ist das? Hey, Lisa. Ich hab schon abgeholt. Richtig, ein Baum. Wofür könnte der Baum stehen? Es hat was mit der Bibel zu tun. Genau, als Gott die Welt erschaffen hat. Und die Schlange steht für den Geist von Gott. Der Feind von Gott. Und der hat gesagt, es ist die Frucht. Und wenn man die Frucht isst, dann würden alle schlimm werden. Ja, und Adam und Eva haben ihm gehorcht. Und deswegen mussten sie aus dem Garten ihrer Haus gehen. Und dann, die Menschen waren sehr böse. Sie haben nicht je nach Gottes Regeln gefolgt. Deswegen hat Gott ein großer Bruch geschickt. Aber Noah und seine Menschen, die sollten nicht beschädigt werden. Und deswegen hat Gott hier in einem Bruch. Und er sollte die Tiere mitnehmen. Alle Tiere. Von jedem ein Weibchen und ein Männchen. Also ein Vater und eine Mutter. Und dann brach das Gewitter los. Und es regnet. Und Gott hat gesagt, ich werde nie mehr so eine große Flut schicken. Und das, dass wir das Zeichen hatten, der ihnen regnet. So. Das zweite. Der Turm steht für, weil die Menschen wollten so groß wie Gott sein. Das konnten sie natürlich. Sie haben es probiert. Deswegen haben sie einen Turm genommen. Dann haben sie angefangen zu bauen. Aber Gott hat gemerkt, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dann konnten sie es nicht mehr verstehen. Und sie mussten den Turm abbauen. Und dann ist er immer mehr zerfallen. Und dann, ja, das haben wir schon gelesen. Wo kommt das Baby stehen? Nicht Jesus, sondern in der Bibel. Mal gucken. Hier die, das, die, ähm, hier ist, sie hießen. Hier ist dieser. Sarah und Abraham. Die waren schon ganz alt, ne? Und dann haben sie, und Jüge sollte den Opfer. Und dann haben sie auch schon mal. So, steht hier. Aber Gott sagte, ein Mängel sind halt. Halt! Na? Hättet ihr jetzt mehr doch nicht bequemen. So. Ja. Ne? Lagervoll. Es gab mal einen Mann, der ist wo sie, und der hatte zwölf Söhne, und ja, zwölf Söhne. Und die mögten ihn nicht, weil der Vater ihn ließ. Deswegen ließen ihn gefangen, und dann hatte der Pfarrer einen schlimmen Traum. Und ja, er wusste, was das bedeutet. Es wird viele Jahre mit ganz viel Essen und viele Jahre ganz ohne Essen. Und dann, ja, als sie ihn gefangen haben, der hatte auch das Volk von Jesus mitgenommen. Und das erzählte ihm ein, ähm, es ist Mose. Und der sollte das Volk befallen. Er hatte ein paar Tricks mit dem Stapel. Weil er nicht hörte, würde er viele Jahre mit Fliegen schicken. Viele Jahre mit, ähm, Fröschen. Und dann viele Jahre mit Insekten. Und dann hatte er nur noch, wenn man Blut von einem Lamm an die Tür schmiert, da würde ich nicht das Bibi töten. Aber wenn nicht, dann werde ich's töten. Der Pfarrer hat das nicht gemacht und sein Bibi ist gestorben. Deswegen ließ er die Israeliten laufen. Und dann kamen die anderen Wasser, die Israeliten. Wie sollten sie weiter? Das ist erstmal kein Problem, ne? Aber dann kam der Pfarrer. Soldaten. Was sollten sie jetzt tun? Das ist fast unglaublich. Was ist dann? Seht ihr dieses Bild? Das Meer teilt es. Sie konnten da durchlaufen. Aber als die Israeliten kamen, ihr könnt's euch vielleicht glauben, brach das Meer zusammen. Und alle ertrunken. Und dann feierten sie. Das soll die Rasse bedeuten. Yay! Wir feiern! Dann hatte Moses die 10 Gebote. Was sind diese vier? Was man tun soll. Ja. Und die 10 Gebote. Kommt. Hier gab's mal eine Burg. Voll mit Kriegern. Aber als sie sangen und tanzen und lachen und schrieen und pufen, fiel die Burg zusammen. Krass nicht. Dann einmal mussten sie einen neuen König holen. Da gab's einen ganz großen und mittelgroßen. Ne? Ganz viele. Und wisst ihr, wen der ausgesucht hat? Wer würdet ihr denn? Den ganz kleinen oder den ganz großen? Den ganz großen? Den ganz großen? So. Ich glaub, da täuscht er euch. Er hat wirklich den kleinen David ausgesucht. Den kleinen. Der wurde dann König. Eines Tages kam ein riesiges Schwert. Aber... Steinschleiter. Aber David nahm seine Steinschleiter, Steine und dann... Der Riese lag in den Haufen. Ha, 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 ha. Du willst gegen mich antreten? Das wird nicht zu spät. Und dann hat er einen Stein in seine Steinschleiter gelegt. Und der Riese... Tot. David hatte ihn nämlich mitten in die Stirnhaut. Genau. Schon auf die Stirnhaut. Das tut schon gut. Stein. Und er wird tot. Dann... David kam auch in eine Löwengrube, weil er nicht den König, sondern Gott... Dann... Gott... Ach, hat er die Löwengrube? Ähm... Er war immer noch da. Weil Gott auf ihn aufgepasst hatte. Die Löwen schliefen. Guck hier. Da schlafen sie. So, kommt jetzt schon die Weihnachtsgeschichte. Nein. Das Meer. Ja. Eines heißt, da hat Gott ihn auf den Schleimschiff. Sollte den Menschen sagen, dass sie sehr böse waren. Aber er rannte weg und ging in eine Angst. Doch dann kam ein großer Sturm. Dann schmissen ihn die Seeleute ins Meer, weil er wusste, dass der Sturm mit ihm zu tun hatte. Ja, und dann wurde er von einem großen Wall oder Fisch gefressen. Nicht gefressen. Einfach nur... Auf... Und dann war er so ein paar Tage im Wal... Bauch und... Und dann hat der Fisch ihn wieder ausgespuckt. Und dann ging er nach München. Ja, dann lass mal sehen, wo er ausgespuckt. Ja, und dann wurde Jesus hier geboren, ne? Und die drei Könige, die sind gekommen, ohne Pause. Ganz ohne Pause. Und die haben ihm Geschenke mitgebracht. Und dann kommt auch wieder noch eine andere Geschichte. So, dann müssen wir hier... Ja, es gab mal 1050.000 Deutsche. Wir wollten alle Jesus Geschichte. Aber wie konnte man diese füttern? Ein Mann hatte zwei Fische und fünf Boote. So, reicht das? Aber was dann Unglaubliches geschaffen ist. Es waren noch 20 Körbe voll. Ganz voll. Und alle waren pappi-papp-satt. Krass, ne? Ja, und jetzt kommt eigentlich die traurigste Geschichte der Bibel. Ist der wie süß? Noch nicht. Aber jetzt erst mal kommt... Ein Mann, mein Vater, hatte einem ganz viel Geld gegeben. So, dass er weggehen konnte. Und dann hat er viel gefeiert. Aber... Ganz viel gefeiert hat er, ne? Ähm... Getanzt. Und dann hatte er allen sein Geld ausgeben. Und mussten bei den Schweinen arbeiten. Und dann... Und dann... Da gab es noch Zacchaeus. Der hatte von der Menschenmenge... Konnte nicht sehen. Aber er hatte gehört, dass Jesus in die Welt kam. Und da wollte er ihn sehen. Und hat er auf den Baum gestiegen. Und dann hat er... Jesus gesagt... Komm, ich will zu dir deinem Gast sein. Ich muss euch noch was sagen. Der kleine Mann hier... Bei Steuern. Es hieß... Also... Wenn er... Er nahm Geld ab. Und wenn er sein Geld nicht geben wollte, holte er die Soldaten. Und die warfen ihn ins Gefängnis. Und dann einmal hatte ein Mann eine Schatztruhe gefunden. Ja? In seinem Garten. Und dann verkaufte er alle seine Möbel. Dass er diese Schatztruhe haben konnte. Und jetzt... Da wird er die Frau gefunden. Er hatte mit seinen Freunden genügend gegessen. Und dann war er eine Trauer über die Dunkelheit. Früher war es doch ganz hell. Die Sonne schien. Aber plötzlich... Hätte sich eine Wolke über die gute Stimmung geschenkt. Na, das könnt ihr vielleicht verstehen. Gerade spielt er schön und dann kommt ein Stark. Ja. Über euch, ne? Das kennt ihr bestimmt. Wir kennen das gut. So... Na, die Geschichte kennt ihr eigentlich schon, ne? Wie Jesus gestorben ist. Und dass die Bilder hier dann nochmal ansehen. Arisen! Gut. Dann ist es auch heute eigentlich so ein bisschen fertig. Aber wir machen noch einen coolen Schüttelfers. Das ist was für ein bisschen? Schüttel, Schüttel Gott! 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 Also dann, Tschüss und das auf den Laufenden.